Ja, also da gibt es verschiedene Situationen, die mir in den letzten Jahren nicht gefallen haben, wo es gerade, also ich kann ja nur für mich sprechen, mir nicht leicht gemacht wurde. Und da sehe ich vor allem in der Personalpolitik erhebliche Verbesserungsvorschläge, weil es einfach ziemlich unausgeglichen ist und deswegen halt gerade denjenigen, die nicht aus Berchtesgaden kommen, halt doch relativ schwer gemacht wurde. Ich bin ja nicht in dieser Trainingsgruppe Sonnenschein, also von daher muss ich da nichts unterstreichen. Das ist ihr Ding, wie sie sich nennen. Ich glaube, das ist eben seine eigene Sache und wenn sie sich Trainingsgruppe Sonnenschein nennen wollen, dann können sie das gerne tun. Von mir aus, mein Segen haben sie. Wie die Nathalie gerade schon richtig festgestellt habe, hat keiner in keinster Weise die Nathalie angegriffen. Ich gönne ihr den Erfolg. Sie war definitiv die Beste und hat verdient Gold gewonnen. Und die Kritik ist einfach, so wie der Thomas auch schon gesagt hat, dem BSD gegenüber oder dem Verband gegenüber. Und ich denke, da ist auf alle Fälle ein bisschen Verbesserungsbedarf da, dass da mit der Leistung von der Nathalie in keinster Weise irgendwas zu tun hat.